Ohne Nutzerinnen und Nutzer keine Beteiligung. Deshalb möchte ich euch in diesem Video zeigen, wie ihr als Admins Personen hinzufügt. Das geht auf zwei Wegen. Entweder einzeln oder mithilfe einer CSV-Datei, das heißt einer Tabelle, die ihr zum Beispiel mit Excel erstellen könnt. Da ihr ganz am Anfang wahrscheinlich sehr viele Nutzerinnen und Nutzer einpflegen müsst, erkläre ich euch diesen Weg als erstes. Ich habe hier in Excel eine beispielhafte Klassenliste der 5a angelegt. Die Namen sind natürlich willkürlich gewählt. Achtung, die Tabelle muss in der ersten Zeil eine Kopfzeile besitzen. Wenn ihr dort bereits eine Person einfügt, wird diese später nicht mit übernommen. Es gibt zwei bzw. drei Spalten. In der ersten steht der Vorname, in der zweiten der Nachname. Die dritte Spalte ist optional. Dort können die E-Mail-Adressen der Nutzerinnen und Nutzer angegeben werden. Im Anschluss exportiert ihr die Tabelle in eine CSV-Datei. Kommen wir nun zum Hochladen auf Aula. Wenn ihr euch als Admin eingeloggt habt, geht oben auf die drei Striche und dann auf Prozessverwaltung. Ganz unten findet ihr den Punkt Gruppen und Nutzer. Neben den Passwortlisten, das erkläre ich euch in einem anderen Video, könnt ihr dort alle Nutzerinnen und Nutzer, ihre Rollen und ihre Raumzugehörigkeit auf Aula sehen. Wir interessieren uns aber jetzt nur für den Punkt Neue Benutzer hinzufügen. Wie ihr seht, könnt ihr ganz leicht einzelne Nutzerinnen und Nutzer hinzufügen. Wenn ihr auf den Button aus CSV-Datei mit der kleinen Wolke klickt, öffnet sich ein kleines Dialogfeld. Dort sind nochmals die wichtigsten Punkte aufgeführt. Klickt nun auf Datei auswählen und wählt eure vorher erstellte CSV-Datei. Im Anschluss könnt ihr die Rollen für die hochgeladenen Personen und die Raumzugehörigkeit auswählen. Falls es sich zum Beispiel um Lehrerinnen und Lehrer handelt, müsst ihr nur als Rolle Moderator angeben und keinen Raum zuweisen. Ich habe im Vorfeld bereits den Raum für die Klasse 5a erstellt. Wie das genau funktioniert, erkläre ich in einem separaten Video. Nun müsst ihr nur noch auf Alle sichern drücken und schon sind die Personen auf Aula eingepflegt. Ihr könnt euch auch gleich die Initialpasswörter der neuen Aula Nutzerinnen und Nutzer ausspucken lassen, indem ihr auf den Button Passwortliste klickt, dann die 5a auswählt und auf Drucken geht.